Jo Leute, herzlich willkommen zu meiner ersten Folge von Let's Flash. Ja, heute mit dem Spiel Wackdoll Volleyball und wir fangen auch gleich mal an. Wir sind, also das Spiel Volleyball sollte man kennen, wenn nicht dann das sind zwei Teams, in diesem Fall sitzen nur zwei Leute, die sich den Ball immer auf die Hand weiterschlagen und wenn der Ball auf den Boden kommt, dann hat das Team verloren also, wenn zum Beispiel Team Link setzt, den Ball auf den Boden macht, auf dem, hier wird es schon was Volleyball ist. Na ja, auf jeden Fall, im Wackdoll Volleyball, das ist ein bisschen komischer, weil wir spielen hier eine Frau und wir können irgendwie in Luft fliegen. Das ist doch so. Ey, die Kinder von heute denken, das ist normal so. Da fahren die sich bestimmt warum die Frauen beim Wackdoll nicht so rumfliegen. Ui, ich kann fliegen. Ui, ui. Ja, wenn da oben das, also, also wenn jetzt das linke Lämpchen rot leuchtet, verdammt dir, weil dich nicht mal berühren, weil sonst krieg ich mal Gegner einen Punkt und genau andersrum ist es auch. Genau jetzt hätte ich den nicht berühren dürfen, aber ich aber auch nicht, weil, aber, ne? Und ja, ich würde schlecht in dem Spiel. Puh, ich müsste nichts machen, ich müsste stehen. Ey, bin ich doof? Und wenn man hier das liegt, mit dem Ball berührt, dann, jo, dann kommt da so ne Klingel, die annähert. So loud. So loud. Okay, die Sekunde läuft irgendwo schlecht, sonst bin ich besser. Ja, unter 10 Punkten hätte ich 10 Punkte ab, habe ich gewonnen und andere Punkten auch. Wenn mein Gegner 10 Punkte ab, hat mein Gegner halt gewonnen. Und ich finde das Spiel ist ein bisschen doof, weil, guck mal, die Beine von meiner Person an. Oh ja! Dann! Babuschka! Oh! Vielleicht gibt es die Lea doch noch. Oh, aber ich glaube nicht. Oh! Oh! Kommt schon. Yeah! Aber wenn man die Frau spielt, dann wird man sich so schwabblig. Aber die Frau... Was... meine... Ich kann so schwabbeln! Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der so volleyball spielt? So sage ich es auf dumm wie du. Vielleicht kennt mich ja noch jemand von meinem alten Kanal, der uns auch spielt. Nein, naja, das war es dann auch mit Let's Flash. Ja, fünf Minuten, sieben über zehn, das war sehr knapp für dich. Und ja, damit sage ich Schau.